ob wir was schöneres tragen können, an die Ten-Axt. An die Ten-Axt? Willst du das Doppelte behalten? Bin sonst gut, ja. Oder haben wir was Besseres? Ein einfaches Katara hier zum Beispiel. Ja, wenn du das einfach bekommst. Ich hoffe, ich lass mal aus. Wo fällt das nicht? Wo siehst du? Mir ist das egal. Wir haben Katana und Axt auf jeden Fall als Hauptwaffe genommen. Ich hab's gesehen gestern. Echt? Ja, geil! Ich war dabei. Ja, dann lass uns das. Bisschen überschnuppert. Toll. Und was auch immer? Oh, ja. Da oben sieht man das. Das Ausrüstungsgewicht. Okay. Mir gefällt das aber ganz gut so. Dir? Oder bist du? Was haben wir noch rein? So. Sind wir wieder um drei oder vier Punkte niedriger? Mit dem... Sag mal eben schnell. Mit dem Gewicht. Da haben wir aber sonst nichts weiteres Schönes. Dabei. Was ist denn Witsch da? Cool. Okay. Wofür kann man das... Das wenn nicht einfach mal. Wenn ich jetzt mal egoistisch. Vollrum. Wenn du? Das ist sogar ins Katana gekommen. Was ist das denn? Scheiße. Du benutzt doch das Katana. Hä? Du benutzt doch das Katana. Nein, ich nicht. Ja, ihr. Scheiße. Lockere Jugend Samurai. Okay. Weil hier oben wir begrenzen, wie viel wir tragen können. Und die Frage. Ich hab keine... Okay. Ähm. Ich werde ganz sicher jetzt nicht... Ganz sicherlich nicht gegen ihn kämpfen. Nein. Aber wir kommen fast nicht drumherum, oder? Doch, drumherum. Wir können überhaupt laufen. Aus sich zu haben. Ja, wirklich. Gar nicht viel besser was, ne? Oder? Und doch. Ich stütze hier, glaube ich, rein, oder? Sah ein bisschen so aus, ja. Nein. Ah, ich will gerade ausweichen. Nein! Aber ziemlich heiß gemacht, man sieht das nicht. Wo man runterstellt, ne? Fällt. Das ist ziemlich cool gemacht. Was meinst du damit? Unter 10 kommen ist meistens ausschlaggebend, wenn es bei Dark Souls ist. Wie meinst du das genau? Kannst du das genauer erläutern, bitte? Kannst du das bitte genauer erläutern? Das bin ich präzise genug, ja. Ja, darfst du drauf, ne? So. Ja, vor allem. Ist es spannend zuzugucken? Das ist super spannend, ja. Ja. Ich hoffe immer, du stirbst nicht. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Tag. Oh, ich sag mal. Warne Weile. So, wieso sterben die jetzt denn? Hm? Achso, wegen dem Typen da vorne. Oder? Nee. Doch, wegen dem Typen da vorne. Siehst du das? Ja, ich seh's. Wie kriegen wir den? Ah, okay. Gut getan. War da einer? Oh, war noch einer, oder? Boah! Droh! Du! 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 Und achso, okay. Das heißt, wenn wir bei 70 Gewicht sind. Okay. Dann ist es besser. Ja. Ich habe es verstanden. Ja, okay. Wie 10er Schritte sind weischt möglich. Ja, vielen Dank für den... Ja, sollte es wirklich so sein, wovon ich mal ausgehe. Dann vielen Dank für den Tipp. Jetzt ist halt die Frage, Herr Eden. Ja, Herr Molle. Wir haben 7500... Geht doch zurück zum... Und wenn wir beten, sind alle Gegner wieder da. Das weiß ich, ja, aber wenn du jetzt gegen den kämpfst, würde ich sagen... Das ist Kacke, ne? Ja, scheiße. Dann machen wir das so, dass wir jetzt zurückgehen, beten, und du fängst dann wieder nochmal an. Weil ich dann keine Seelen verlieren kann, oder? Nö, weil du sonst zu lange zugeguckt hast. Oh. Ich gucke mir so gerne zu. Ich will ja so gerne zu. Ja, ist klar. Manchmal guckt man gerne zu, aber manchmal ist dann auch... So. Warte, was ich eben nochmal machen will, ist... Haben wir nichts bekommen? Dann können wir eben... Opfer bringen. Ja, dann bist du bei uns ja richtig, Cedric. Ne? Also kannst du ja lange zugucken hier. Opfer bringen. Dann wollen wir erst mal hier unsere Waffen verkaufen, würde ich sagen. Bringt schön... Wollen wir gleich mal studiengetauschen, oder? Nein. Dann geht das noch. Dann geht das noch nicht. Das ist gut. Fabian wollte dann auch noch einmal nicht mehr. Wechseln, oder? Ne, das sind wir auch beleidigt. Aber ich habe demnächst vielleicht... Neun. Also, ich möchte mich noch in so einem Sessel, oder so. Ich habe diesen Wippstuhl, aber dann sieht man dich nicht im Stream, weißt du? Du sitzt ja so schon, obwohl du gar nicht tiefer sitzt als ich, als würdest du fast auf dem Boden sitzen, oder? Ja. Auch der Winkel, glaube ich. Ich bin ja froh, dass mir nicht der Boden angeboten wurde. Immerhin. Na ja, wir streamen, da darf ich nicht ganz so fies sein. So wie sonst. Ja, genau. Verstehen. So, Stufe Aufstieg. Wo haben wir nochmal? Körper? Was? Körper? Was ist denn? Körper und Lieben. Lieben und Angriff. Ja. Aber würde ich sagen, ja. Oh. Zweilevel kann man machen. Ist gut. Was ist Herz? Was? Warte mal. Warte mal. So, von allem etwas. Katana wird erhöht, Fernkämpfer für der Bogen wird erhöht und ein bisschen Leben. Ich bin ja, okay, ich bin ja eigentlich ein Freund davon, gezielt auf einen Atomot zu gehen, oder auf zwei, wie du es ja auch schon... Ja. Ich würde daher sagen, wir gehen einfach mal auf Leben. Ich glaube, Leben ist ganz gut. Dann geh auf Leben. Gut. Gut. Deine Verantwortung. Wofür eine Trophäe? Erster Schritt für das Samurai. Sehr schön. Das war doch so eine gute Entscheidung. Glaubt mir nicht, dass es dafür die Trophäe gab, aber ja, war eine super Entscheidung. Ah, das haben wir jetzt auch frei. Erhöht die alten Amritamenge um fünf, okay. Okay. Was wollen wir behalten? So, welches waren wir nehmen? Elixier, entweder fünf Prozent erhöhte Elixiere. Materialien, okay, würde ich von abziehen. Ja. Rüstungen von der Rüstung ist auch egal. Ja. Also entweder Amrita fünf Prozent oder Elixiere. Elixiere sind ja auch schon ein bisschen mangelbar. Elixiere würde ich sagen. Ja, ne? Ja. Lass mich auf Elixiere. Sparen wir ein bisschen Gold. Besucher aber rufen. Achso, Multiplayer. Genau. Das war ein Fehler, oder? Okay. Dann ist ja gut. Wenn wir alles haben, dann ist gut. Ja. Ja. Binden. Cool. Das heißt so viel wie Feuerschwerter. 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 Feuerschwerter sind. Gut Flammen. Gut. 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 Was? So zack. Ein Sack. Bruder. Was wir noch machen können. Du siehst ja unten. Ach, zwölf. Wir könnten irgendwelche Punkte verteilen. Wir haben zwölf Stück von dem anderen. Fähigkeiten erlernen oder Fähigkeiten anpassen. Willkommen bei Street Fighter. Du Schatz. Wie Fabian gestern schon erzählt. Eher Mortal Kombat. Das habe ich ja gerade gespielt. Das sieht ungefähr auch so aus. Mit einem Kumpus. Kreis, 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 Mortal Kombat, Kreis. Kommst du damit zurecht mit Leuer? Ja, ich bin jetzt. Ja, aber ich höre jetzt auch wieder auf. Also ich habe den Story Modus durchgezockt. Achso. Und jetzt habe ich neulich mit The Crew angefangen. Also dieses Rennspiel. Warum hast du von deinem Mortal Kombat keinen Let's Play gemacht? Wo sollte ich das bitte aufnehmen? Bei mir zu Hause? Ja. Ohne C64. Ohne Super Nintendo. Ist ja Mortal Kombat 2 noch. Ja, das wäre eine Idee, oder? Ja. Ja, ne. Hätte ich gemacht, finde ich. Die Auslösung ab. Hätte ich das getan, ja. Eigentlich. Wir müssen das bei dem mal testen. Wir müssen mal gucken, ob das... Zumindest aufnehmen geht. Nicht streamen, sondern aufnehmen. Aufnehmen ging bei mir immer gut. Aber... Können wir machen. Aber dann am besten, nachdem ich umgezogen bin, dann habe ich auch wieder einen Raum, ähnlich wie diesen hier. Ja. Dann haben wir unsere Ruhe. Im Moment steht ja alles im Schlafzimmer. Ja, stimmt. Im Schimmelschlafzimmer, um uns genau zu sein. Ich weiß nicht, ob wir da waren. Hast du da eigentlich Bilder von gemacht? Ja. Kann ich dir mal zeigen. Sieht echt rundschön aus. Wirklich. So tiefschwarzer Schimmel. Ja. Echt jetzt? Ja. Das ist richtig geil. Das Kiff kam so ein bisschen durch die Tapete. Und dann hat der Hausmeister mal die Tapete abgenommen und selbst war so ein Boden gebrochen, als ich das gesehen habe. Ehrlich, die ganze Band war schwarz. Ja. Alter Schwede, ey. Und deswegen schlafen wir jetzt im Wohnzimmer zu dritt. Und wohnen im Wohnzimmer zu dritt. Scheiße. Die Vermieterin? Was ist ja die? Der Vermieter. Ja, der ist jetzt erstmal in den Urlaub gefahren. Cool. Ja, habe ich auch gedacht. Und heute ist die Heizung ins warme Wasser ausgefallen. Passend zum Schimmel. Passend zum Schimmel. Damit der Schimmel noch mehr Ernährung bekommt. Ganz toll, ja. Das ist schwer, ey. Da kriege ich immer Gänsehörpers im Kacken. Gott sei Dank hatte ich sowas noch nie. Das ist auch mein erstes Mal, muss ich sagen. Tatsächlich. Und dann umso schlimmer wahrscheinlich, ne? Ja. Ich bin froh, wenn ihr ausgezogen seid. Ja, also wie du hier siehst, das ist sowas als schweren Brett, will ich nicht sagen. So umfangreich ist es nicht, aber du kannst hier so... Und wir sind wieder bei der Axt. Oh. 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 Entschuldigung. Was ich doch nicht. Das liegt in der Tat daran, weil wir hier schon was geskillt haben. Achso. Ja, okay. Dann ist ja alles in Ordnung. Dann bitte geh zur Axt zurück. Übrigens, hier kannst du auch Befehle so leeren wie bei... Jo, die kann ich mir... Die kann ich mir... Der Witz ist, bei Mortal Kombat musst du ja auf Start drücken, damit die das angezeigt, was du drücken musst. Und immer wenn ich was machen will. Start. Okay. Start. Ah, ja. Okay. Du kommst gar nicht wirklich zum Spiel, oder? Ja, na ja. Das Gute ist, du kannst auch ein paar Knöpfchen drücken, passiert auch was dann. Ja, klar. Wie bei Street Fighter. Ja, im Prinzip schon. Abwechselnd Fuß. Im Prinzip passiert dann schon was. Ja. Ja, hier ist es... Habe ich glaube ich noch nie gedrückt. L1 plus... Eingländer Verteidigung. Ah, cool. Also Ortser Verteidigung noch raus, okay. Na gut, macht's dann, ne? Magie gibt es übrigens auch, ne? Ja, aber da bin ich nie so ein... Ne, ich bin auch ein Freund von irgendwie. Ne, auch. Also der Typ, der reingeht und einfach aufhaut und damit... Zwei Schwerte in der Hand lassen. Ja, zwei Schwerte in der Hand durchschmerzeln. Genau. Damit ich glücklich. Okay. Ja, ich suche mir mal eben hier eine Fähigkeit aus. Ja, bitte. Du bitte. Ja, bitte du. Aber das klingt gut. Ein Gegner, dessen KI erschöpft ist, wird gepackt und mit der ausgerüsteten Waffe durchbohrt. Mhm. Aber ich finde das klingt super. Und wenn ich es jetzt nicht gut finden würde, wäre es eh zu spät. Genau. Dann wäre es jetzt... Sowieso zu spät. Frist oder stirbt. Ja. Genau. Und das hier nämlich noch. Du ripperst deinen Knochen. Warte. Hier. Fehlt jetzt nur noch, das sei, was er loslässt. Hammerwerten oder sowas. Finde ich cool. Finde ich gut. Bisschen langsam aber... Man kann ja alles haben, ne? Ah ne, das musst du mir gerne tun. So. Fähigkeiten erlernen. Ich überrechte dir mal wieder... Oh, darf ich... Darf ich... Jetzt hast du wieder... Darf ich auch noch eine Fähigkeit erlernen? Nein. Ah ja. Das ist... Der Typ ist abgefahren. Ich darf jetzt nur noch spielen. Ja, genau. Ja, ich verstehe. Ne, du... Lies dich da mal rein. Ich mag das total noch nicht so gerne. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin eher so... Ich mag ja keine langsamen Lachen bei sowas, ne? Dann siehst du das. Es ist genau... Furchtbar, finde ich das. Ich schlag lieber zehnmal zu anstatt zweimal. Hä? Ich schlag lieber zehnmal zu anstatt nur zweimal. Echt? Bei mir ist das alles rum. Auf YouTube gehen? Kannst du das genauer erläutern, was da der Vorteil ist? Weil es hätte ich schlag gerade auf YouTube gehen. Ich würde auf YouTube gehen. Aber schreib doch mal warum. Kage Bunshin no Yutsu. Ja, super. Ihr wart zwar schon mal in Japan, aber... Aber... Klingt super, das Essen. Kage Bunshin no Yutsu. Ah! Ich mach jetzt einfach mal weiter. Erlern noch mal was. Die Fähigkeiten ausgeben. Gönn dir, Junge. Ich will doch was spielen jetzt. Neun Punkte haben wir jetzt noch. Ne, da musst du nicht reingehen. Du musst... Jetzt wieder raus. Warum kann ich nicht? Okay. Du kannst alles machen, was du willst. Jetzt gehst du jetzt mit dir wieder rein. Genau. Fähigkeiten erlern. Und jetzt... Genau. Jetzt kannst du dir die... Rollen, die zu sind, die kannst du dir durchlesen. Was ist denn... Ninja? Du... Du magst Yutsu's halt, okay. Ach so. Da sind wir aber leider kein Fan von. Ich sag du... Nein, gar nicht. Jetzt kommst du... Das ist so geil und overpowered und so geile Sachen gibt's da... Ne, dann nicht. Nein. 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 Fähigkeiten der Planung von sehr hohen KI-Sprung. Mhm. Cool. Bei KI ist auch KI wahrscheinlich wahrscheinlich. Natürlich KI. Du merkst ja daran, dass man ja irgendwie denkt, dass... Hm. 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 Ich möchte lieber... KI ist glaube ich die Ausdauer, oder? Kann das sein, dass KI die Ausdauer ist? Keine Ahnung. Fähigkeiten in der... Ja, aber ich kann nur eingesetzt. Besonders Energie, um ein bisschen das Schwertze ziehen und zuzuschlagen. Aber... Ja, klar. Ne, will ich nicht. Klingt immer so, ich weiß nicht. Die lebende Waffe. Kannst du das sehen? Kannst du das sehen? Das klingt ganz gut eigentlich. So. Wollen wir da mal? Die ist aus Dauer. Ja. Mach einfach weiterkommen. Okay. Wie du möchtest. Was? 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 Was gibt's denn noch schönes? Lass uns mal weitergucken. Das findest du unnützig? Keine Ahnung. Vielleicht hab ich's auch noch nicht ganz verstanden. und schneidest den Gegner im Sprung. Wohnhaltung ist langsam, niedrige Haltung ist schnell, ne? Du spielst eher schnell, ne? Bitte, bitte, Hilfe. Durch Verteidigung übersprechen, das ist gut, das ist gut aus. Ja, dann mach das aber mal. Du hast noch vier Punkte, das hat jetzt gerade drei gekostet. Ja, dann mach doch noch eins auf die Axt an. Na, dann mach doch nicht alles. Tief, meine Öl. Wir gönnen dir was auf die Axt. Okay. Das gefällt mir. Danke. So, ja. Jetzt ist Mister Idinio wieder dran. Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber du hast fast ein ganzes Level da. Habe ich gar nicht. Habe ich doch. Achso. Okay. Schauen wir mal das Katana raus. Mach schon deutlich mehr Schauen, siehst du das. Lebt ja immer noch. Ja. Ja, bin ich verarscht. Es gibt immer noch, dass ihr anfängt zu schreien. Neeeeh. Hey. Hier haben wir immer noch das Problem, dass der dicke Oster am Ende des Holzergang entsteht, ne? Den wir noch nicht gemacht haben. Ja. Genau. So weit müsstest du jetzt quasi kommen. Wie zentrierst du denn eigentlich nicht? Oder du kannst auch Schlamfronten werfen, ne? Ja. Dann kannst du auf die werfen, wenn du zentrierst. Ja. Ich überlege gerade, ob ich eine schlaue Antwort geben kann. Mir fällt da was an. Ich vergiss das einfach immer. Das ist selten bei dir. Das ist selten, dass man das hinkriegt. Du hattest gestern schon mal erwähnt. Ja. Wir spielen jetzt ja auf der normalen PS4. Wir sind ja mittlerweile die, was Fuß folgt. Stimmt. Ich hab die Pro auch noch nicht. Ich hätte sie gerne, aber... Ja, aber meinst du, das würde so viel besser aussehen? Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Das wollte ich gerade anschneiden. Es soll wohl auf der PS4 Pro besser aussehen. Ja. Das war knapp, ne? Hallo? Das ist wie ein Rentner an der Kasse. Ja, ich hab doch Zeit. Ich muss mal Kleingeld raus suchen. Ja. Kein Stress hier bitte. Die kleinen Pfeile. Ich seh das schon. So. Alter! Das ging voll in die Hose. Aua. Während du da spazierst... Wo war die Kasse? Alter Klopp! Da, hast du es durchbrochen, hast du gesehen? Er hatte keine Ausdauer da mehr. Du hast gerade die Verteidiger durchbrochen. Ja. Das ist nicht cool. Das ist aber langsamer als das. Damit ihn wieder bewegen. Ho... Mach rein! Alter Schwede, ey. Jetzt, ja, hau rein, hau rein. Ich will mal klocken oder das andere Klocken. Du, Ruben, ich bin ganz nah am Schreien gestorben. Nein, komm. Du bist jetzt wirklich... Du bist quasi am Schreien, dass du gestorben bist. Ach, Herr Eden. Beim nächsten Mal wird alles besser. Ich sehe es schon. Wenn du es jetzt nochmal versuchen willst. Schwarz-Stall-Axt. Okay. G-Gift. Ja, G-Gift finden wir häufig, ne? G-Gift. Du nutzt es manchmal auch. Bitte? Du nutzt es auch mal irgendwann. Nö, eigentlich wenn du angekotzt wirst. Wir können es ja nutzen. stroke color. Ich sage die hier etwas wieTIN. Habt ihr das gesehen? Kombo! Ich hoffe, Cedric, du kriegst das wieder hin. Ich hoffe, du hast keine Gestaltbild mehr. Ich hoffe, wir kriegen nicht gleich wieder so einen Mini-Boss, der so schnell ist. Oh, ich stehe da noch. Und tschüss. Ah, F5 hilft, ja. Ja, leider, ja. Ja, ich finde es schade, dass Jenny und Angelo auch von dann gegangen sind, aber kann man nichts machen, ne? Wollen wir erstmal die nach unten versuchen? Ja. Den interessiert es gar nicht. Oh. Und tot. Geil! Coole Kombo, ne? Aber da unten waren wir auch noch nicht. Ein. Wollte ich jetzt mal direkt da vorne zu dem Bubbel-Gedner? Ja. Ich gucke jetzt mal, wo, äh, wo wir die Gegner waren. Also, wir sind schlecht stark geworden, ne? Hast du gesehen? Drei Schläge waren vorher immer vier. Das ist schon echt cool. Was ist das jetzt noch? War hier ein Gedner drin? Oh, ja. Da war ein Gedner drin. Lass mich jetzt da rein. Zack. Können wir hier noch was schickes mitnehmen? Weil hier war mir noch nicht. Okay. Okay, 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 okay. Das ist, äh, der, 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 wie hieß der Pfad noch? Der Pfad der Schande? Ne, ne? Der Pfad der Schande? Hier bei, bei Game of Thrones. Achso, du meinst mit der, mit der Nomme dann, oder? Ne, wie sie, da beworfen wurde dann. Ja, genau. Diese Schande. Ja, wer? Ja, wie der Schande. So was ist das hier? Voll mit, mit Zombies hier. Was sind wir hier eigentlich? Weiß ich nicht, du wolltest zu dem Mini-Boss? Ja. Wolltest du dir irgendwie hinter dir mal sein? Achso. Wir sind hier. Uhu. Ja, uhu. So. Den bringen wir noch rum nach vorne? Hm. Schade, der war leider schlau. Ich aber auch. Ja. 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 Wir werden erst mal den, den... Wir sind aufgelegt. Ich, ich auch. Ich muss gerade pipi. Ich muss gerade pipi. Okay, that wasn't a good idea. what was 2 ein schlag war das genau vielen dank cedric zwei schläge